Hallo! Willkommen bei Neuron im Split. In Neverwinter haben wir ja irgendwelche Bodenrücken-Sachen über den Zauberer der Saat ausgefunden. Jetzt wollen wir den Linkletter warnen, dessen Flaugier schon bei diesem Zauberer war. Der befindet sich momentan im Beggar's Nest. Man kämpft da gegen Todesraten. Und genau da gehen wir dann auch mal hin. In diese Richtung. Und zum Tor. Da ist er bei dem ersten Rest. Dann gehen wir dann mal hin. Ah, da ist er auch schon. Wenn das Buch, das Tualu zum Verhängnis geworden ist, von Rizat stammt, wir werden die Wahrheit finden und Dorothea aus Rizats Fängen befreien. Wir könnten sogar Glück haben. Wir sind nahe am Turm des Trostes und ich habe Rizat im Hof nebenan gesehen. Stellen wir ihn zur Rede. Ja, das tun wir mal. Da steht er. Ah, ich hatte mich bereits gefragt, wo ihr bleibt. Anscheinend habt ihr die Falle entdeckt, die ich Tualu gestellt habe. Doch unglücklicherweise ist es zu spät. Wie ihr seht, hat das Ritual bereits begonnen. Die Portale öffnen sich. Die Opfergaben liegen bereit. Und es gibt nichts, was ihr noch tun könnt, um mich aufzuhalten. Ha! Kinder! 이름 des Schadigutats Es wird wenigstens sein. Ich sage die Wagen. Das sind die Ange-Beta-Gem idea. Haus Smart Info Smart Info So, wo muss ich denn jetzt hin? Waren wir mal von der Schreie Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du Chandonnär, habe ich da jetzt auch nicht was gesammelt. Da war noch irgendwo eine Kiste. Zum Turm des Drostes gehen. Wo geht's da entlang? Hier. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Portal. Ich glaube, mein Glück soll es mir eh noch nicht mehr landen. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. So, jetzt habt ihr ja meine Heiler, ich kann jetzt noch mal mehr lernen, ich sollte wieder zum Schluss wegschicken. Ah, da ist der Turm des Toastes. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Und durch den Abwasserkanal sollen wir jetzt verschwinden. Hier unten sind wir vor dem Pestausbruch sicher, aber diese Kanalisation ist das letzte Versteck der Todesratten. Ich muss zum Turm des Trostes gelangen, um Dorothea zu suchen, aber diese Wehrraten werden diese Leute mit Sicherheit töten, wenn wir nicht einen Weg zur Oberfläche freimachen. So, dann gucken wir jetzt noch, was wir alles bekommen haben. Wir identifizieren mal ein bisschen was. Ist da irgendwas von, was ich schon fragen kann? Nö. Ne, da kann ich überall noch nichts von tragen. Dann verkaufen wir mal einiges. Ein Preller, der Zwergenfrau. Dann haben wir auch wieder Platz. Da ist das Schmuckschatz. Das kann ich auch verkaufen. So, das noch. Dann haben wir jetzt wieder Platz und dann können wir hier das nächste Mal weitermachen. Dann machen wir hier. Vielen Dank.